Normal, was würde ich die so kaputt machen? Aber Leute, es ist das Fortnite-Sniper-Video. Jetzt ist die Frage, wo sind die überhaupt... wo sind die Gegner? Jawohl, da war einer, schön. Da war einer, sauber. Da war einer, sauber. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal ScorpionPlays. Ich habe die Fortnite-Sniper in BO1 gefunden und zwar seht ihr sie schon eingeblendet, die L96A1, Leute. Die sieht der Fortnite-Sniper doch schon verdammt ähnlich, würde ich sagen, Leute. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum machst du diese Art von Videos? Ich finde eigentlich, dass es ziemlich perfekt ist und zwar finde ich geil, dass Fortnite zur Zeit im Hype ist, aber ich weiß halt, dass viele meiner Zuschauer gerne COD sehen wollen. So, da habe ich mir gedacht, es gibt so ein paar Sachen von Fortnite, die man in COD einfach gut machen kann. Da habe ich noch einige mir aufgeschrieben und deswegen finde ich es ganz cool. Zum Beispiel habe ich jetzt die Sniper entdeckt, wir werden jetzt ein bisschen snipen in diesem Video. Ich habe ein BO1 noch nie ein Sniper-Video gemacht und filmt hier an YouTube zum Beispiel. Wir schauen einfach mal, was diese Serie so bringen wird. Ich habe vor ein paar Tagen schon COD-Fortnite-Klasse hochgeladen. Ich finde das ziemlich cool und das verbindet ziemlich cool bei den Sachen. Ja, so, wir spielen Firing Range TDM und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ich werde keine Kugel treffen, Leute. Ich meine jetzt ernst. Wie, what the fuck? Wieso ist der Typ so bunt? Hä, was ist das für ein Bug? Leute, ich habe keine Sniper, sie wird mir nicht angezeigt. Leute, was ist hier los? Vielleicht ist das so eine Anti-Sniper-Lobby oder so, ne? Ah, jetzt ist der Scope natürlich gekommen. Genau, jetzt etwas zu spät. Ist er jetzt da? Okay, jetzt ist er da, Leute. Gucken, ob die Sniper genauso gut ist wie in Fortnite. Man muss hier zum Glück nicht über den Kopf ziehen, sondern es reicht zu treffen. Oh! Oh! Let's go, Alter! Zack! Okay. Gehen wir mal hier hoch. Ich würde sagen, das war doch schon mal stabil. Wie ein Stift. So, wo sind die Gegner jetzt? Hinter mir ist einer. Okay, Leute, der hat mich leider geholt. Das Gute ist, man muss die hier nicht erst looten. Zack! Und man hat hier direkt, äh... Ich frage mich gerade, ist es die blaue oder die... Oh! Okay, Leute, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Das Snipen hier ist echt ganz anders. Es hieß ja damals, es gibt keinen Quickscopen in dem Spiel. Das war kompletter Schwachsinn, finde ich. Zack! Let's go! Eigentlich gibt es hier schon Quickscopen. Es gibt überall Quickscopen. Ich weiß auch, früher war das so, als ein neues COD rauskam. Da war immer die große Frage, gibt es wieder Quickscopen? Da wurden so viele YouTube-Videos immer zugemacht. Und ich dachte mir so, alter, natürlich gibt es Quickscopen. Immer da, wo es Sniper gibt, gibt es Quickscopen. Es gibt ja sogar Quickscopen in Fortnite, alter. Also, wie sollte es nicht so sein? Das ist eine Concussion Grenade. Wo sind die Gegner jetzt? Okay, ich würde sagen... Oh Gott. Okay. Ich würde sagen, es läuft aber gerade ganz gut, oder? Also, es ist gar nicht so unansehlich, wie ich dachte. Okay, die Clare wird mich jetzt erstmal schön saven, falls da jemand kommt. Hier kommt jemand. Ah, guck mal, das Ding ist... Das ist so ähnlich wie bei Fortnite. Wenn du den einen Schuss verkackst, dann musst du halt erstmal wieder repetieren, logischerweise. Und das dauert halt immer ein bisschen. Aber wir haben das Match irgendwie noch geholt. Ich würde sagen, für die kleine Einspielerung... Ey, ich bin begeistert, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt ein paar Kugeln treffe. Ich habe natürlich auch die ultimativen Highstreaks eingepackt, Leute. Ups. So, wir sind TDM auf Radiation unterwegs. Die Lobby ist eh viel zu gut eigentlich für... Ich hätte mir so die beste Lobby der Welt suchen können. Aber nein, ich spiele natürlich gegen irgendwelche Try Hardys, Alter. Okay, zeig mal. Zack, okay. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier was finden. Okay, Leute. Das Ding ist, es ist quasi ein Sniping-Video. Einfach ein Sniping-Video. Ganz easy. Man muss dazu eigentlich gar nicht viel interpretieren. So, okay. Wo sind die jetzt? Spawnen die hier drin? Okay, die spawnen hier drin. Aber da oben sitzt ja einer drauf, ne? Oh, Mann. Er wollte gerade einen Taktikeinstieg legen, glaube ich. Ist hier noch einer? Ja, okay. Ich würde sagen, ich habe noch nie in dem Spiel gesniped. Dafür läuft es gut. Oder? Was würdet ihr sagen? Okay, die bieten sich aber auch gerade krass... Nein! 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 Alter, der andere hat mich quasi gebaitet, Mann. Ich bin voll drauf reingefallen, Leute. Todes-Cringe. Ich will mal einen fetten No-Scope verteilen. No-Scope. Bisschen mit meiner Nase höher. Als ob die da nicht kommen jetzt. Oh. Okay. Na, das ist ein Gegner. Er hätte fast meine Claim ausgelöst und mich damit geholt. Ich schwör's euch. Okay, da oben ist einer. Komm her. Kann ich hier hoch? Okay, nein, kann ich nicht. Boah, Leute. Das ist aber echt gerade aufregend. Okay, die sind alle hier drin. Okay. Alter, was geht hier ab? Oh mein Gott. Boah, Leute. Ich kann auf einmal snipen. Was ist das? Oh mein Gott, wir haben einen Blackbird, Leute. Jetzt werde ich komplett verkacken. Das wäre es gewesen. Nein. Okay, den haben wir. Der ist down. Der andere ist auch down. Okay. 5-2. Dafür habe ich jetzt alles gegeben bis jetzt. Er hat es nicht gecheckt. Er hat es nicht gecheckt. Ich versuche ihn zu noscopen. Okay, scheiß drauf. Nein. Nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ah, ist das ekelhaft, Mann. Oh Gott, Leute. Beste. Oh, hat das gut geschmeckt, Leute. Oh, Leute. Also, es ist halt wirklich extrem schwierig in diesem Game zu snipen. Aber ich choke ja richtig rein gerade. Guck mal, wie es mit normaler Waffe direkt anders läuft. Ist unglaublich. Normal, was würde ich die so kaputt machen? Aber, Leute. Es ist das Fortnite Sniper Video. Jetzt ist die Frage, wo sind die überhaupt... Wo sind die Gegner? Jawohl, da war einer. Schön. Da war einer. Sauber. Da war einer. Sauber. Da war... Ui, Leute. Na. Warte mal, warte mal. Guck mal, wie cool. Er guckt nicht mal hin. Er hätte noch dabben können, Alter. Dann wäre es Ninja Play gewesen, Mann. Eieiei. Okay, da könnte einer kommen. Oh, wir haben einen Blackbird, Leute. Heute ist Weihnachten, glaube ich. Ich versuche, beide zu holen. Nein. Nein, Digga. Hör auf. Er hat da die beste Claymore platziert. Nein. Schluss. Lass es. Es geht so direkt über mich. Es geht so direkt über mich. Und dann verhilfe ich mich um meine Mutters Ehre. Nein. Mit Hater ist es viel schwieriger, Leute. Ich bin einfach so. Mit Sniper, Hater geht nicht. Ich muss überrascht werden, damit ich die Kugeln treffe. Ich würde sagen, hier wird jetzt eine real quicke Claymore platziert. Nein. Was? Er hat es auch noch überlebt. Oh, ich würde so gerne eine Treppe... Ich wollte gerade hier eine Treppe hinbauen. Ohne Witz jetzt. Und dann hätte ich hier schön Head geglitscht, Mann. Ey, ich glaub's ja nicht. Lächerlich. Okay. What the fuck? Ey, was machen die mit mir? Die haben alle Sprengsätze, die es gibt, glaube ich, am Start. Hier, oh Gott. Ah. Hier. Ah! Ah! Er hat nicht mal God Mode. Er hat einen Sniper Hitmark in den Kopf genommen. What the hell? In den Kopf? Ich geb den Sniper Marker in den Kopf und mit der Pistole noch zwei, drei Hits. Okay, Leute. Let's go. Uh. Was? Es ist so krass, ne? Man kann in dem Spiel auch die Waffe nicht wechseln. Es geht nicht. Ja. Und das ist dann ein Kill, oder was? Okay. Okay. Alles klar, Leute. Der war nicht drauf. Er war nicht drauf, Leute. Versprochen ist versprochen. Er war auch nicht drauf. Okay. Ah, er war jetzt drauf, ja. Er checkt gar nicht zum Leben. Er läuft hier einfach weiter. Der, ach, das war jetzt drauf, ja. Das er kommt jetzt wenigstens. Jetzt kommt er. Nein. Nein. Das zählt nicht. Ah, die Pistole ist so... Er hat keine Hit Detection, Mann. Es gibt keine Hits. Das ist irgendwie krass, ne? Ich spiele seit Jahren... Der Splitskühler war hostung. Unglaublich. Ich spiele seit Jahren COD und ich war nie so ein richtiger YouTube-Sniper. Ich habe nie richtig gesniped, obwohl es eigentlich... Oh, ey. Nein, das war ja nicht, wa? Ey. Ich schwöre, ich hätte es nicht überlebt normalerweise, ne? Okay, Leute. Ich verstehe es nicht. Das wäre jetzt ein krasser Kill gewesen. Ich habe es echt geschafft, mich in den Winkel zu bringen, dem er mich nicht holen kann. Jawohl. Hat geklappt. Jawohl. Boah, Leute. Mit der normalen Waffe ist das ja so ein anderes Leben. Anderer Lifestyle, Leute. Kann man die ja so weghauen. Oh, wir haben Blackbird. Wo ist der Typ hier? Ich glaube, der kann mich auf seinem Splitscreen gar nicht sehen. Ist so angenehm, so, ne? Nein, als ob. Als ob er wirklich pusht, man. Das ist so typisch Noob, Alter. Nein. So, du machst das jetzt mit... Nein, die Nate... Seine Nate, die Türen, das war klar. Ja, okay. Wenigstens der jetzt mal. Heiliger Hasenstrudel, Mann. Okay, wo ist hier die Tür? Hier. Okay, jetzt waren die alle hier. Nein! Ich habe ihm wirklich so einen komischen Trickshot gegeben. Okay, die Runde war nice, würde ich sagen. Mir fällt gerade auf, es gibt gar keinen richtigen Schneebereich bei Fortnite, ne? Das wäre doch auch immer krass, so ein Schneebereich. Oder war das da... Gab es da zu Weihnachtszeit so eine Schneebereich? Zu Weihnachtszeit war ich auch noch nicht so richtig aktiv. Ich habe ja im Oktober angefangen. Da habe ich zwei Monate nicht. Ich wollte das hier schon absolut abbauen gerade. Da habe ich ja zwei Monate gar nicht gespielt. Ich weiß nicht, was die da hinten wieder selbst Experimente machen. Das hätte der Collateral sein müssen. Oh, ich habe einen Kill sogar bekommen. Okay. Das war sogar ein Kill. Ach, er hat dieses Dingens gespielt. Oh Gott. Es war ein Kill, Leute. Lächerlich, dass ich noch gestorben bin durch den anderen. Ich würde da gerne einen aus dem Headglitch rauchen. Oh ja, Digga. Was? Das ist jetzt... Den darf ich. Den darf ich. Keines Arschloch, Alter. Oh ja, Digga. Mmh. Geil. Geiles Gefühl, Leute. Da ist einer durch. Ich glaube, da könnte noch einer kommen, ne? Ja. Oh mein Gott. Okay, der Typ ist hier vorne irgendwo. Absolut gestern. Nein! Oh, immer dieser Franzose. Dieser Karabisch, Mann. Das ist der Einzige, der mich holen kann. Hier vorne. Vorne ist einer. Wie konnte ich diesen Kill holen? Das war so lächerlich. Oh nein. Ich mache jetzt doch nicht so. Ja, die Claymode hat ihn echt ge... Leute, wie geht das? Es ist Black Ops 1. Da sind die Granate, wer verschwächer als keine Ahnung was. Aber es reicht für den Kill. Es reicht für den Double Kill. Einen haben wir. Und der Franzose... Ist er nicht... Guckt euch das an. Er hat die Eier. Er hat die Eier. Und fährt da rum. Rechts, links, Alter. Und holt mich natürlich. Alles klaro. Ich muss doch hier nur in den Headglitch kommen. Aber ich komme... Nein! Oh, Leute. Das war richtig geil eigentlich. Belastung, Alter. Pure Belastung. Okay, die spawnen jetzt hier. Oder nur einer? Lächer. Nein! Jetzt wurde ich gesniped. Jetzt hat der Franzose auch die Sniper ausgepackt. Boah, Leute. Die Runde läuft ja richtig gut. Zack. Okay, dich habe ich trotzdem. Ja, brauche ich gar nicht gucken. Nein. Okay, lächerlich. Okay, jetzt habe ich ihn ever saved. Ja. Boah, Leute. Also ich muss sagen... Das Snipen macht gerade schon extrem Laune. Merkt man wahrscheinlich auch. Okay, den habe ich auch saved. Ja, okay. Nice one. Nice one. Okay, da ist einer. Okay, einen haben wir. Da ist der andere. Als ob er jetzt... Oh, Leute. Let's go. Let's go. Okay, wir müssen jetzt mal... Hier raus gucken. Okay, kriegen wir die Hunde sogar noch mal hin. Es ist halt lächerlich, ne? Alter, wie hat er mich noch angeschossen hat. Okay. Als ob das geht. Nein! Ich wusste es nicht, dass das geht, Alter. What? Egal, aber das Video ist richtig geil. Zack. Oh, Leute. Die Pistole ist der Schlechtste, was ich jemals gesehen habe. Wirklich. Das ist wirklich die Schlechtste Waffe der Welt. Ich musste einen Revolver eigentlich einpacken. Ich Idiot. Boah, wie er laggt. Die musste ich richtig in den Lauf schießen. Das war ein richtiger Fortnite-Schuss. Okay. Mhm. Und natürlich, seine Wahl ist perfekt. Exquisit. Exquisite Wahl von ihm. Jetzt gebe ich nur noch Hitmarker. Jetzt gebe ich wirklich... Ey, das gibt's doch nicht. Er tritt... Es ist manchmal lächerlich, wirklich. Es ist manchmal lächerlich. Leute, wenn ihr Bock auf noch ein Video habt, wo ich in Bio 1 snipe, dann lasst mich doch einfach gerne mit einem Like wissen. Würde ich mich drüber freuen, Leute. Diese Runde war echt extrem nice, würde ich sagen. Und es war generell auch ein cooles Video. Es waren ein paar coole Szenen dabei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.